Ich bin Doris und ich wohne hierzu aus. Ich bin verheiratet und bin Mami von drei Kindern. Ich bin auch Primarlehrerin und in einer Freizeit bin ich sehr, sehr gerne von draußen in der Natur. Und mit dem Angebot, das ich hierzu machen muss, kann ich mein Hobby draussen sein und zusammen mit den Kindern verbinden. Das freut mich und das gefällt mir. Ich bin Sabrina, wohne auch hier in Romose. Ich bin eine Mami von zwei Kindern. Ich bin in der Frühzustellung tätig und leite noch die Muckiturne. Ich bin ebenfalls sehr gerne mit Hunden und Kindern in der Natur.